Bei der Entwicklung des Getriebes T5100 TTV wurden zahlreiche Teststunden im Hinblick auf die Abstimmung und Lebensdauer der einzelnen Komponenten sowie des gesamten Antriebsstrangs eingeplant. Auf speziellen Prüfständen sind über 4000 Teststunden durchgeführt worden. Während des Tests überwachen ausgereifte Instrumente sämtliche Betriebsparameter und Komponenten, unter anderem Betriebsdrücke der einzelnen Untergruppen, Öltemperaturen, Leistungsverbrauch des hydrostatischen Aggregats sowie andere Komponenten unter jeder Einsatzbedingung. Somit konnten die für das Einsatzspektrum vorgegebenen hohen Leistungsstandards erfüllt werden. Das TTV-Getriebe verfügt darüber hinaus über die Funktion aktive Stillstandsregelung, in der das Getriebe den Traktor bremst. Diese Funktion garantiert Sicherheit und Stabilität bei Arbeiten am Hang, sorgt zudem für die aktive Stillstandsregelung des Traktors ohne Betätigung der Betriebsbremse und gegebenenfalls für das schnelle Beschleunigen an Steigungen und Gefällen. Das Getriebe T5100 TTV beinhaltet ebenfalls das innovative Bremssystem Parkbremse, mit dem der Traktor an jedem Berg sicher abgestellt werden kann. Eine weitere relevante Eigenschaft bildet proportional gesteuerte Zapfwellenkupplung, die eine modulierte Einschaltung der Zapfwelle bei allen Arbeitsgeräten ermöglicht.